Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für heute habe ich mir was ganz besonderes überlegt und zwar bin ich jetzt wieder aufgestanden um 5 Uhr für ein Video zu drehen. Nein. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um folgendes und zwar würde ich sagen grob geschätzt war heute der Tag mit dem ich richtig aktiv mit Zaubern angefangen habe. Und ja Kartenmagie mache ich sowieso am meisten. Also habe ich mir gedacht ich nehme mal ein paar Takes auf was ich so an Kartenmagie jetzt so mache und wie es sich vielleicht verbessert hat. Wenn ihr euch meine ganz ganz alten Beiträge auf Instagram anguckt von noch letztes Jahr was ich so gepostet habe. Keine Ahnung. Ja dazu wird auch noch was kommen aber freut euch auch schon darauf. Aber ähm ja ich glaube ich habe mich schon verbessert wenn man sich die Beiträge von vorher anschaut. Ich blende euch hier mal ein kleines Beitrag jetzt ein dass ihr wisst um was ich rede. Hier ein Second Deal. Ja seht ihr was ich meine und ja heute gibt es auf jeden Fall meine Slides ein paar von meinen Slides die ich euch gerne jetzt zeigen würde und ich hoffe ihr habt viel Spaß mit diesem Video und los geht's. Ich bin jetzt mal wieder auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für's Anschauen dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und freut euch auf jeden Fall auf das übernächste Video. Es kommt am heiligen Abend, da wird es was richtig cooles geben. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Und ja, das würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bye-bye.